So, wir sind jetzt in einem Krankenhaus an der Hotstraße und dann geht's los auf Erkostungstor. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 rund europäische ZDF, 2020 Ja, bestimmt noch irgendwo was... Ja, das stimmt. So, wir sind jetzt wieder raus. Es war nichts Großartiges, wie ihr gesehen habt, aber Hauptsache ihr wart dabei mit auf dieser Reise und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Highlight war natürlich diese Höhle. Die war ganz toll. Also das war das Beste vom ganzen Krankenhaus. Ja, man weiß es vorher nicht, aber uns hat es Spaß gemacht. Das war zwar kurz. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr bleibt dabei und abonniert mich. Dann würde ich mal sagen, bis dann, euer Michael. Ciao. Outdoor Fußball Warpix